Hitradio FFH, Lacher Rando. Sie bestellen, wir liefern. Hallo, hier ist Marika Levin. Hallo, hier ist der Boris von Lacher Rando. Hallo. Du hast uns geschrieben, dass du Witze liebst. Ja, weil man manchmal sonst nichts zu lachen hat, dann einfach schmunzeln kann und denken, ach, die Dinge nicht so ernst zu nehmen, die sonst so ernst scheinen. Okay, dann habe ich ein paar für dich, Achtung. Jawohl. Ein Vater geht mit seinem Sohn durch die Fußgängerzone. Plötzlich winkt der Junge einem wildfremden Mann. Fragt der Vater ganz erstaunt, wer ist denn das? Sagt der Junge, ach, das ist doch der Mann vom Umweltamt. Will der Vater wissen, woher kennst du denn den? Sagt der Junge, na, der kommt doch jeden Morgen immer zu uns nach Hause, wenn du zur Arbeit gefahren bist und fragt Mama, ob die Luft rein ist. Uiuiui. Oder zwei ältere Damen unterhalten sich. Sagt die eine, also mein erstes Mal war mit 18. Daraufhin die andere so, ach, mein erstes Mal war nur mit einem. Gut. Auf dem Wochenmarkt fragt eine Kundin den Verkäufer, entschuldigen Sie bitte, sind diese Tomaten hier gentechnisch verändert? Erwidert der Verkäufer, warum möchten Sie das denn wissen? Meldet sich eine Tomate, ja, warum möchten Sie das denn wissen? Super. Sie bestellen, wir liefern. Lacher Rando, nur bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren, bei uns im Web und in der App.